Ich hab schon mal sicherheitshalber angefangen. Echt? Ja. Ok. 3 Warte, komm erst mal her. Komm erst mal her. Komm schnell, 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 schnell. Unter, unter, riech ich immer da. Nein, du löst weg von mir. Nein, du bist hier in der Luft. Ok, 3, 2. Warte, ich muss niesen. Ich hab n' Diamant Schwert. 3, 2, 3, 2, 1. Was geht meine Bros und willkommen zu einer weiteren Sky Wars Challenge. Alles klar. Ok. Und ich hab n' Diamant Schwert. Mit dabei ist Heison und die folgende Challenge lautet. Super Secret Challenge. Oh yeah. Oh yeah. Das heißt, wir machen das so nach jeder Minute die hier vergeht. Also nach der Schutzzeit beginnt hier oben recht die Zeit. Und so bisschen da drauf. Nach jeder Minute müssen wir eine Super Secret Setting. Oh lord. Eine weiter gehen. Das heißt, wir fangen jetzt direkt mit der ersten an, ok? Ok. Also schau mal so. Und einmal drauf drücken. Ja, wo sind die? Bei mir ist nichts passiert. Einmal gedrückt und nichts passiert. Also ich hab das. Ist bei dir was passiert? Nein, bei mir ist es auch so geblieben. Drück mal Escape auf Optionen und Grafikeinstellungen. Ja. Und auf der linken Seite ist da so ein Abteil Shaders bei dir. Ja. Klick drauf. Kannst du jetzt Shaders einstellen? Naja, steht nur. Hast du Shader Packs drin? Fast Render. Please set Performance. Fast Render to Off. Ja, mach das mal aus. Ja, mach das mal aus. Geh auf Performance. Wo ist denn das? Ja, einen zurück. Performance unten rechts. Und dann oben links. Render. Und dann auf Shader. Und dann auf Shader. Du kannst einfach Shaders reintun. Hä? Seit wann geht das denn? Hä? LOL? Hä? Aber das ist verschwommen. Ich meine ja. Hm. Ah ne doch nicht. LOL. Bei mir ist Minecraft falsch rum. Ah ne doch nicht. Ach so, ich weiß warum das verschwommen ist. Digga. Wegen dem Secret. Nein. Bruder. Doch. Wegen dem Super Secret. Aber jetzt geht bei mir Shader. Ja. Aber ich hab halt Live-Pass. Ja. Aber während des Shaders kannst du Super-Secret-Settings nennen, glaub ich. Echt? Mhm. Ja, stimmt. Aber es laggt halt, wenn ich dann aufnehme mit Shader. Bei mir nicht. Oder warte mal, wenn ich den Shader ausmache. Oh, Alter, sieht das geil aus. Was ist das für'n Shader, Alter? Ja. 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 Du zu den Nachbarn und in die Mitte direkt. Ja, die Challenge ist so gesehen. Wir fangen direkt an. Option. Super-Secret-Challenge. Einmal drücken. Oh ne. Warte. Nice. Alter, ich hab richtig hart verschwommen. Gerade wenn du kämpfst, ist das richtig Ebola. Hm. Immer wenn du dich kurz bewegst, dann ist alles direkt verschwommen, ey. Das ist richtig scheiße. Okay, wir dürfen wieder wechseln. Ja, stimmt. Okay, jetzt hab ich Fernseher, Alter. Nee, das ist normal, glaube ich. Ich hab'n Fernseher. Ich glaub, ey, wir machen so, wenn's normal ist, dann überschränken wir einen. Ja, das langweilig. Alter, hab ich das verschwommen. Direkt alles so bei mir. Ey, der Fernseher ist voll geil, Alter. Ich hab so Fernseher. Digga, so kann ich nicht spielen. Naja, ich muss jetzt durch. Du kann? Nee. Okay. Bist du zufälligerweise in der Mitte? Ja, ich bin nur in der Mitte, ja. Ich seh' dich lust. Ja, bist du da? War einfach grad auslaufen. Du bist einfach so ein Pixel bei mir. Es wird dunkel. Kann es sein, dass es dunkel geht? Äh, wir dürfen wieder wechseln. Ja. Alter. Oh, oh Gott, nein. Das ist ja richtig... Oh, da kommt einer, glaube ich. Ja, da kommt einer. Der Sneak da hinten. Der Sneak da hinten. Bogen, 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 bogen. Einer ist in der Mitte. Nein, der ist. Drauf, drauf, drauf. Pass auf, dass das, äh, geht halt auf mich. Ich hab irgendeinen Effekt. Von hinten kommen die Leute, gleich. Aber egal. Ich hab Vergiftung, ich hab Vergiftung. Fuck. Ich, ich krieg den, warte. Hab ihn. Okay, das andere Team kommt auch, glaube ich. Wo bist du, mate? Ich bin oben. Beim Verzauberer. Okay. Alter, das ist so Evolates. Ja, die kommen, hilf mir. Ich hab, äh, ein, so, ein Herz. Wieder umstellen dürfen wir. Oh, was? Ich muss grad kämpfen. Was? Das ist ja... Äh, äh, was? Ey, das kannst du nicht, das kann man nicht beschreiben. Boah, bei mir schon wieder verschwommen, Digga. Ich seh nichts. Bei mir ist es richtig verschwommen. Ey, ich erkenne einfach nichts. Okay. Oh, ja, jetzt hab ich so ein bisschen schwarz-weiß. Aber nur leicht schwarz-weiß. Nicht so Evolates schwarz-weiß. Okay, ich erne auch. Ich hab auch schwarz-weiß. Ultra-schwarz-weiß. Komplett alles, alles, alles schwarz-weiß. Außer die Leistung. Okay. Ich mach zwei, oder einen Diabustanisch, gell? Gehst du Diabustanisch, oder? Ja, gib mir den. Dann krieg ich die Aschua. Was ist das? Nein, ich seh alles in komplett grün. So, wieder 8-bit, alles grün. Ich hatte das gerade so mit so ein bisschen grün, blau, rot. Und jetzt komplett alles... Ich seh gar nichts. Wo bin ich? Mama? Mama? Mama, wo... Ich baue das jetzt zu, Alter. Bei mir ist es normal wieder. Das hier kleiner... Ja, bei mir ist normal. Ich muss wieder umstellen. Okay, das ist so 3D-mäßig. Boah, alles zu, Alter. So, für 3D. Damit hier keiner reinkommt. So, für 3D. Digga, leider. Nice. Glück, ey. Oh, lol. Wo bin ich? Hä? Ich bin irgendwo auf ner Baumwurzel, oder so? Acht, sieben... Let's, let's. Ich werd keiner halt gar nicht sein, denn das ist so irgendwo late. What? Oh, wechseln, wechseln. Das ist komplett verschwommen, das du glaub ich hattest. Nein! Nein! Ey, ich hab komplett verschwommen, ich seh gar nichts. Ich hab Kopfüber. Oh, das ist mies. Ich hab, äh, komplett verschwommen, also ich kann maximal 5 Blöcke sehen. Richtig. Äh, Mate, wo bist du? Bist du in der Mitte? Ich glaub ich zu ihr. Ich, ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaub hier so... Digga, ich komm nicht damit, bist du das? Ne, das ist ein Biene. Ah, da bist du, da bist du, ne? Geh, ich geh in die Mitte? Okay, ich weiß, jetzt wo du bist. Oh, ich hab zwei Goldäpfel und richtig krasse Sachen. Und ne Enderperle. Egal, das ist so schwer. Ich hab nen Wolf. Ne, Digga, ich weiß, das ist zu schwer. Oh, ne, Digga, ich weiß, das ist zu schwer. Okay, in dieser drei Sekunden wechseln. Ja, hoffentlich was geiles. Äh, ich könnte nicht bauen, Digga. Oh, ich hab den LSD! Nein! Ey, ich seh alles wie ein LSD-Modus. Ich hab dich gesehen, wie du runtergeflogen bist. Ich hätte als nächstes, ja, so einen Helfer bekommen. Ich hätte den negativ gehabt. Nein! Ich... Und er hat deinen Kopf aufgeschnitten. Sollen wir direkt mit ner Secret-Setting starten? Ja, können wir machen. Okay, dann mach an. Warte. Drei. Zwei. Eins. Bleh. Oh, Flashback, Alter. So, da sind wir wieder zur zweiten Runde. Und ich aktiviere direkt meins. Oh, ne, ich hab verschwommen, Digga. Ich hab gar nichts. Dieses Motion-Blue-Teil. Aber so extrem bist du. Ach so, ich hab so, ich hab so, äh, 32-Bit-Swags. Das sieht auch nice aus. Nice. Ich seh alles normal und soweit ich mich bewege... Ich seh nichts mehr weg. Ach so, ja, ja. Ich hatte das, glaub ich, davor in der Runde. Ja. Ich seh alles irgendwie so ein bisschen schärfer. Oh, Diabus-Panzer. Triabus-Panzer. Mit ihr Helm, glaub ich, ist alles. Der, ich seh nichts. Ähm, Gearschwert hab ich gemacht. Soll ich hier ein Eisenschwert machen? Nein. Doch. Doch. Nein. Okay, wir dürfen ändern. Ja, wir dürfen. Ne, dürfen wir nicht. Doch, eine Minute ist vorbei. Hä? Das hat gerade erst angefangen. Ja, wir haben doch mit einer Super-Secret angefangen. Oh, jetzt seh ich alles wieder verschwunden. Sehr gut. Ich hab Fernseher. Ja, Fernseher ist geil, Alter. Es wird hier dr... Und? Ja, ja. Scheinhalte, bitte. Oh. Hier wird penetriert. Annabelle, Annabelle. Baby, Annabelle. Oh, da kommt noch einer. Mate. Lol, die haben ja gar nichts. Lol. Lol, Full-Dia instant. Guck's dir an. Ja, ich bin halb-Dia. Ich komm mit Full-Dia. Hier, warte. Oh, da kommt noch ein Team. Komm. Die haben direkt keinen Bock mehr, Alter. Oh! Hä, ist da eine runtergeflogen? Hä? Ich seh aber die Namen ultra gut. Ich nicht. Aber wir dürfen wieder ändern. Ist rausgegangen. Was ist das? Ich hab Pixel des Todes. Hä? 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 Toll. Ich seh oben. Und unten. Was. Aber. Das sieht richtig behindert aus. Ey, wenn ich diesen Shot treffe, bin ich Gott. Nice. Was war das? Er fängt einfach an zu lachen Ey Digga, so kann ich nicht spielen Ich hab 7-Dia-Brille, ich bin so komplett geistig behindertlich Ok, ich versuche ihn noch zu holen bevor NEIN! Oh! 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 Digga! Der hat auf mich eine Bohren getroffen, aber nicht Aber ich bin nicht runtergefallen Seh dich nicht Digga Du siehst mich nicht Papa! Papa, wo ist meine Brille? Da hinten ist einer Full-Dia Da irgendwo auf dem Du 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 Vielleicht ist sie unter dem Slee Vielleicht ist sie hier drunter Nein Schwarz Digga, versuch jetzt nicht wieder Martin anzumachen LSD-Bodo Nein, ich hab schon wieder diese Ebola jetzt Ok, den haben wir schon gesehen, deshalb war ich 9 Oh, ich hab komplett schwarz, Alter Weiß-Schwarz, Alter Das, Dia-Schwanz sieht da echt geil aus Direkt drüpp 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 drümm drüpp 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 ICH HAB UMGEKEHRT! NEIN! Ich hab Kopfüber! Nein! 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 Nein, das ist so... Oh shit, Alter, ich muss mich- Alter, das ist so behindert Der ist jetzt so hoch Es ist ja so behindert Fuck, mein Kurs, der ist ja noch da oben, Digga. Was? Dein Kopf wurde abgedreht. Was denn? Was denn? Digga, kommen die? Ne, ne? Was hast du gemacht? Alter, noch 10 Sekunden, dann darf ich das umändern. Da unten ist er. Da unten ist er. Okay, wir dürfen wieder ändern. Oh nein! Das ist ja richtig Evolat. Okay, Ende. Ich glaube, da ist. Hab ihn. Sein Mate? Sein Mate habe ich gerade runtergeschossen mit dem MLG-Shot. Okay, der eine müsste jetzt eigentlich in die Mitte geflüchtet werden. Ich bin in die Mitte geflüchtet. Wenn der nicht. Weil der andere war ja komplett auf der anderen Seite, oder? Fuck, das ist ein Tier. Ich sehe nichts, Mate. Ich sehe nichts. 3, 2, 1. Wir können wieder wechseln. Nein, ich habe einen Fernseher. Aber es ruckelt richtig hart. Und ich sehe nichts. Ich habe diese, kennst du das, dieser Fake-Shader, wo einfach überall schwarze Konturen drum sind? Ja. So was in der Art habe ich jetzt gerade. Boah, Digga. Und der Pest sind gerade bei 40, aber es laggt. So richtig ein Ruckel-PC. Alter, hattest du gerade vier Ender-Perlen für mich gegeben? Ja, ich hatte acht Stück. Wie hört der Wolf? Mir. Ach, du Mongo. Oh, ich habe dich nicht gesehen. Es wird immer dunkel, wenn ich unter dem Baum bin. Okay. Ja, aber was hat er gemacht? War easy, würde ich sagen, oder? Oh, dann entwenden wir den nochmal. GG. Ich würde sagen, gambeln, oder? Ich würde sagen, gambeln. Gambeln. Das war mal eine richtig geile Challenge, die richtig schwer war. Deswegen bin ich auch verkackt. Hab mich hier verkackt. Oh. 200 Ruckels. Bro. Hast du nicht gemacht. Ich habe 200 bekommen. Jetzt du. Ja, sicher. Alle bekommen was außer ich. Philipp, geh mal so am Automat, wo du gerollt hast. Jetzt dreht dich ein bisschen nach rechts. Nicht so weit. Nein, ein bisschen mehr. Noch. Hallo. Ja, lol, das schafft er selber. No. No, 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 no. Wir enden irgendwie immer hier an diesem Scheiß-Bären-Busch, halt. Da ist sowas. Da ist sowas. Da ist sowas. Da ist sowas. Ich bin. Ja. Und. Tschüss. 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 Tschüss.